Ich kann, kann ich den auch rein in den, ne? Ist das fein? Ne Nötige Fähigkeit für die Pizza Habe ich schon gemacht Er hat unseren Channel schon gescheckt Checkt Fabian Und? Und? Boah So, blauer abistische Seepferdchen Ja! Weiter insen, oder wat? Ja, auf jeden Fall, ne? Damit, Mann, ich hoffe, wir kommen nicht wieder in Burg Shadow Fan Wir haben auch nur eine halbe Stunde dieses Ding Aber wir kommen wahrscheinlich direkt wieder in eine Insel In einer halbe Stunde schaffen wir eine Insel, auf jeden Fall Warum machst du den Kodo und nicht deine Schillie Schilde? Schillie Schillie, ja, warte, warte, warte Schildoni Schillie 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 Zeig mal deinen Pupen und das Ding da Sieht geil aus, ne? Ich finde die gerade so ein bisschen plain Was heißt plain? Da ist keine Verzierung drin Weil sie sind irgendwie nice Dancen Dancen auf der Schill, die kann man einfach mal durchziehen Und irgendein komischer Schaden-Damage-Typ will nicht mehr mitmachen Dann verpick Haben mir ein paar Videos reingezogen und nicht schlecht GZ, GZ Oh, zum Glück, das verließ, alter Weißt du? Was ist kaputt? Danke Hinterlass Nen Abo Biste Biste Der Und wir haben Nu auch Dead Space 3 Da muss man mal kurz hier schreiben Bisschen Werbung Bisschen Werbung Bisschen Werbung Und dann geht's hier direkt weiter und wir ziehen hier erstmal die ganzen Leute Hallo auf einmal Danke Okay Ich kann das noch nicht tun Okay Vielleicht überschätze ich hier meine Fähigkeiten Boah Ja Not healbore Schade Ich glaub schon Ne, ich hatte ja alles drauf was ich hab So Na ja Und wette, ihr überlebt jetzt Ich wette, ey Boah, ich sterbe Ne, ist von Too Much Kleine Fail-Aktion von Daiku Warum von mir? Ja, was soll ich da machen, du Witzbot? Ich war getrieben Oh, im Wald von Elowin Oh, wo müssen wir denn ganz hin, Alter? Ne, das sieht nur so aus, wir müssen doch einfach nur in Sturm mit reinlaufen Oh, gar das Shit Ich kenn den Weg auf jeden Fall Kann man hier während des Todes sich drehen, oder? Hab ich grad gedacht Wir sind im Geister-Modus Und Malin läuft nicht mal Wie schlau Bitte Redz die, glaub ich nicht Ja, dann müssen wir noch länger warten Nein, dann machen wir einfach weiter und kicken die danach Oho Ich hab keinen Bock auf solche Leute, jetzt fängt die an zu laufen Och Gott Hier sind sie grad dabei, Sturmwind wieder Ey, ich werd wiederbelebt Ach, der Hunter hat sich totgestellt Ich hasse so raus, ey Totstellen, du Christiago, alle sind tot Kann sich da bestimmt irgendwie hinbohren Ach, Massenwiederbelebung Ach, Massenwiederbelebung Ja So, dann jetzt hier so eine Babygruppe Ich hab keinen Zauber, der dir direkt Leben bringt, ne? Noch nicht bereit Ich hab nur diesen Kanalisiert-Zauber Naja, ist jetzt aber wieder ready, ne? Ohja Weil sind die auch gut welche gestorben, ne? Diese Fähigkeit ist noch nicht verraten In Damo Dieser Zauber ist noch nicht verraten Hey, 5 Gewittigkeit von Braustor, die brauche ich, Alter Schnappst du dir? Ach Roben des Arugals habe ich mal Bedarf drauf gemacht, ne? Die kann ich natürlich gar nicht gebrauchen Arugal? Ja Mein Inventar ist voll Weiter geht's Ey, hier sind schon wieder so Valentinstag, äh Ja, ist ja auch Valentinstag, weiter Aber dass die hier in den Insel sind Aber während des Kampfes ist grad nicht möglich Muss mal aufhören, die Leute zu bohren So, ich zieh das Ding hier an Und jetzt will ich mal eben kurz gucken Ich hab auch noch nen Beutel Was ich da gekriegt hab, ah, den hab ich schon Scheiß Der hat nen geilen Bogen, Alter Ach so, den Den wahrscheinlich diesen Toten verfolgen Kann das noch nicht tun Oh, hier ist direkt ein Boss gleich, pass mal auf hier Ach Gott, die sind dumm umlockert die ganze Zeit, alle Ach, das gibt nicht, Alter Das sind so viele Oh man, das sind nur 4, 5 oder so Ja, ich kann nix anderes drücken Ja, ich weiß, aber das nervt mich grad selber So, ich mach, ich kann nix anderes drücken, außer... Ah, da muss ich jetzt einfach 2 mal pullen Oh, Mann Puh Ist grad so ein bisschen kacke mit dem Mönch hier, Alter Krieg ich überhaupt nochmal so nen scheiß Zauber, Alter? Keine Ahnung Mh 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 Chillt ihr Bobs, Alter Jetzt mal ehrlich, Alter Schiletto, Leute Diese Kacke hier Stresst doch nicht dauernd rum Hintamo Und zack, verlässt die Gruppe Ja, aber kann ich nicht aufmachen Das können wir eigentlich auch verlassen, dann kriegen wir keinen Dieb, äh, keinen Bahn Mh 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 Meine Güte, hier unten ist das Verlies und ich bin wieder da. Zurück in dem Verlies. Wow. Ich glaube, jetzt hat Mortimel einfach mal eine Aktion gestartet. So, ja, jetzt ist mir auch egal. Gare shit. So wie gesagt, wenn du sehen willst, was das hier wird, kannst du ruhig vernünftig mit mir reden. Oh Mann, Alter, chillen, wie gesagt. Alles Chiletto hier. Ausübliert. Haben wir es ausübliert. Ja, ausübliert. Ich glaube, die denken auch, wir sind zwei oder so. Die denken wahrscheinlich, du bist ein Multiboxer. Multiboxer. Kann ich hier ins Alleine machen? So, jetzt ziehe ich zwei oder drei, die muss ich ziehen. So. Oh, ne, ist doch supi. Dann sagt man der Gruppe das. Auch Leute. Scheißegal, ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwo was hinzuschreiben. Ich sage nur eins dazu, Alter. Ice, Ice, Baby. Dümdü, 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 dümdü. Hey, Ice, Ice, Baby. So, 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 eine Legende, so. Die beste Legende, so. Habe ich heute noch einen Film gesehen, ey, das ist ja krank. Ey, den kann ich tragen, oder was? Haben wir eine neue Fähigkeit bekommen? Nö. Ich nicht. Geil, lö. Nö, so. Rauscht dir? Nö. Ich kurz muss ich nur umentscheiden und habe gedacht, nö. Hallo, Rad. Nö. Hallo, Rad. Hey, wir haben doch was bekommen. Hey, passt. Höhe, reparierchance von 5%. Ja, ist das doch was für mich. Ja, schnelle Reflexe, genau. Krass, und guck mal. Immer wenn er einen Angriff pariert, schlagt die reflexartig zurück. Bäse. Das ist wahrscheinlich der Panda-Bonus. So, warte mal. Hogger. Ne, fürs Gluthitze ist der Endboss, ja genau. Oh ja. Ich bin erst mal hier zu Hoggy. Und ich fasse hier wieder auf. Boah, ich kann jetzt kein Tab drücken und hier tanken gerade, Alter. Noch nicht. Boah, ich bin immer betäubt hier die ganzen Tag. Ja, die Viecher sind ätzend alle. Kommen wir einfach direkt zum Endboss? Achso, jetzt machst du den anderen auch. Ja, die sind da abends da so alle hinorientiert. Ist Hogger Endboss oder? Ja, auch Hoggy. Endboss. Ja. Weiß, ja, dann können wir da einfach aufhören. Ne, Hogger ist nicht der Endboss. Ich glaube der andere, wo ist gut, gut, gut dritte. Ja. Wenig Energie. Ah, ja. Mein Hörchen, Pupöhrchen. Und jetzt kommt hierher die Stressse. Oh, ich schmeißte Dinge an die Decke. Oh, das noch nicht tun. Hila-Gro, Hila-Gro. ich habe geklärt das mego also da müssen wir noch mal um sehr viel gefertigt ja beziehungsweise dann auch da die quest machen und dann die aufnahmesession vielleicht auch beenden sieben schießt weil wir müssen ja auch noch was heißt wir müssen wir wollen ja auch noch um fern ist weinig auf jeden fall für dich morgen machen wenn du nichts dagegen hast weil ich hab noch auf 100 einfach weil es wo sie sowohl sie ist wirklich also das spiel das spiel spiel ich habe heute nicht mehr aber da sind wir doch so ranzig auf 100er server gestorben sind auch ranzig irgendwo keine ahnung wo in smogel oder was ja ja irgendwo ganz anders glaube ich ich glaube zogger ist echt der endboss wir sind direkt bei so einem supermarkt der hoffnung das proger der endboss ist tötten wir diesen typ oh yeah und mortimel ist auch ein pandemien aber man kann sich echt rückwärts rollen das habe ich wieder vergessen ja wir haben verließ geschafft boah alter kaltschneusen hake geiles teil ja schnell raus hier war ja das ist schon wieder einer gegangen oh gott ey die leute wollen auch nur noch rushen alter merkst du das ja wie gesagt schreibt doch keiner mehr anscheinend außer es läuft gut ja wollen wir uns wieder dahin porten oder was wir könnten äh ja ich meine wenn wir wieder aufnehmen spielen wir eh wahrscheinlich so nicht ohne das heißt äh wir brauchen wir jetzt nicht erneuern oder so ja also nicht erneuern aber wenn wir jetzt eine insel machen weißt du dass der nicht in der insel ausläuft ich muss doch reparieren alter gibt es irgendwo einen rapperer rapper ja hier unten glaube ich rapper juhu ist das jetzt gefährlich ha ja wie tief kann man fallen aber ey früher wäre man sowas von abgeratzt hier ja ich glaube man kann doch gar nicht mehr hier sterben oder in og kann es sein ja na klar kann man hier in og sterben klar hey fabi abonniert uns glaube ich Herzlich Willkommen nice hier repariert repariert und ich verkaufe erstmal meinen ganzen ranz hier ja genau das ist auch eine gute Idee meine Güte mein ganzes Inventar ist so bombenvoll ey ich verkaufe auch einfach alles ich hab auch keinen Bock hier im Beruf mitzumachen also meinen Wollstoff behalte ich und verkaufe den für 100 Gold im Aha aber diese alten Metz sind doch übelst was wert oder nicht ach ja der hat so richtig geile der hat so richtig geile clean hier alter selbst wenn alter mir wäre das scheißegal ich bin jetzt auf jeden Fall ein Repräsentant also in diesem Spiel geht es nur um Waffen nur um Waffen der Euro die Goldsbrüche das ist mir halt nicht egal hihihi deswegen ich will auch nicht hier mit dem Ding Gold machen hier ich will einfach nur zocken ich dachte wir spielen das hier um Gold zu übernehmen um Millionär zu werden Millionär zu werden Millionär also wir können uns auch gerne ein bisschen Gold schicken äh wenn ihr Gold übrig habt einfach mal schicken so dann lass mal die Quest noch machen und dann mal gucken ob was die Ursache die Quest um den Buff zu erneuern oder was so wollen wir machen ja klar dann ok dann können wir dann die Aufnahme Session beenden und haben halt noch eine Stunde Zeit wir können ja nachher auch nur eine Runde weiterspielen aber ich bin ja ich bin jetzt ich bin jetzt auf dem Weg zu Sandberg gefahren irgendwie ja ich auch ich bin nämlich gerade irgendwie heiß auf WoW sie ich weiß auch nicht warum oder ist klar aber ich möchte ein Spiel das Spiel ja dann brech ich den alten mal ab einfach hä kann man den ach so muss man den weg machen oder was weiß ich nicht ich machs jetzt einfach weg ist er hallo und ich nehme jetzt an ja Verleuchtung ja so eine Ausbildung mit Meister Chang abgeschlossen wo ist denn Meister Chang hier draußen wieder wahrscheinlich wieder genau denselben gleiche Mega Quest hier aber man muss aber einfach nur danach kann man da so weißt du man kann ihn glaube ich gleich angreifen warte mal man kann erstmal seinen Mount hier irgendwie rein ziehen oh ja wird man erstmal mit dem Mount hier unterwegs ich glaube nicht dass er jetzt wieder komplett überall rumrennt das wäre richtig ekelig das wäre ein bisschen ekliger ich frage mich ob Meister Chang vielleicht stärker wird wo ist Meister Chang weißt du ich glaube den wird härter ja ich hoffe halt dass wir einfach direkt fighten können ey ich warte eben kurz auf dich ich möchte eine Herausforderung ich habe jetzt gedrückt ach wir sind eh Einzelne ja Reflexe für euch größte Bedeutung ja Gott warum kann der keine Rolle weißt du haha ja der kann sich doch hier eben hinrollen bisschen posen alter und er hat wieder so einen ekligen Stock in der Hand dreifachen Salto machen und ab gehts na los ich bin hier ein Repräsentant siehst du meinen Mönch umhang ich geh mal kurz in die Wilder Tiger Modus jetzt mach doch hin stimmt das ist eigentlich gar nicht schlecht ja wir müssen uns ja verbeugen kann ich aber viele Sachen nicht alter so es kann losgehen ach wir spielen doch zusammen ja nice ne hast du ne Eigner nicht verbeugt so jetzt ich hab mal eigenen ey diese Fähigkeit ist noch nicht bereit noch nicht bereit 4.000 Leben hat der gute Junge ne der gute Junge ne der gute Junge er irgendwie komm aber du kannst mich heilen im Notfall ne oh ja Geheilt nicht geheilt dieser Zauber ist noch nicht bereit nicht genug Energie ja fette Scheiß aber irgendwie ist ja einfach nur schlechter geworden mehr drauf hat er jetzt auf jeden Fall gar nicht wie bitte wie halt stärker würde ich eher sagen nur so ja ja wir werden ja jeden Tag stärker und jetzt kann ich die Berührung des Todes machen aber doch erst Level 23 wenn ich drei Schi hätte wenn ich drei Schi hätte wenn ich drei Schi hätte keine Aufberhöhung des Todes aber ich hab auch nicht drei Schi und To Meister Zane wurde besiegt aber ja mein Meister hat man hier Berührung des Todes hatte ihn überlebt mit 1 HP jetzt ja mein auch äh hier wieder Kran ich Titt Titt so und jetzt können wir direkt abgeben alter nice so geh weg Nietzze Nietzze alter out of fate out of fate out of fate so jetzt kriegen wir jetzt eigentlich da steht ja äh Erfahrung bekommen wir 2750 kriegen wir jetzt dank unseres Buffs eigentlich mehr also ja wir haben den Buff nicht mehr es wären dann ja 4000 ungefähr wir haben den Buff ja nicht mehr ich werd jetzt ganz genau gucken wir haben den Buff nicht mehr ja deswegen meine ich ja warum hast du weg gemacht weißt du hätten wir wahrscheinlich 4000 gekriegt ja na gut so und dann würde ich sagen hier schön wieder ausloggen hier in der schönen Burg ich kann dieses Ziel nicht angreifen wir sehen uns wieder wenn es heißt Daiko und Peloni der sich noch weg portet spielen für euch ah man kriegt da hinten eine Erholung okay ich port mich auch nochmal weg haha los geht's nochmal geportet hier seht ihr nochmal kurz und äh wir sagen aber schon mal Tschüss alle Tschüss alle Tschüss